Ist doch Marble, oder? Ja, Marble, Marble. Bisschen Salz. Ah, wir haben schon so viel Salz. Das brauchen wir eigentlich erstmal gar nicht mehr abbauen im Moment. Ähm. Aber Marble finde ich total wichtig. Raw Marble, also roher Marble. Mal gucken, was man daraus alles noch machen kann. Marble kommt auch nicht ganz so häufig vor. Das ist immer mal wieder irgendwo vereinzelt, so ein bisschen zu finden. Aber dass man jetzt so ganze Riesenvorkommen davon entdeckt, das ist bisher ausgeblieben. Das heißt, wird also auch ein etwas selteneres Gestein sein, Marble. So. Aber auch da wissen wir, wo es liegt, wenn man es braucht. Ich nehme jetzt nur so ein bisschen was mit, weil ich jetzt gerade hier bin. Da ist ja noch reichlich vorhanden. Jetzt würde ich mich allerdings hier mal eben gerade... Wieso habe ich das denn bis jetzt noch nicht gesehen? Das ist hoch. Das ist ja ein Riesending. Habe ich hier noch Erde, dass ich mich mal eben hochbuddeln kann? Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Soll ich mal einfach mal Kiwis reinpfeifen? Äh, Ananas reinpfeifen. So was gesundes ist ja kaum auszuhalten. Da schießen wir die Kiwi gleich nochmal hinterher. Haben wir ja alle schon. Und die Melone. Boah. Voller kann man gar nicht sein. Wo ist denn dieser Spalt, sag mal? Hä? Okay, da ist das Haus. Ja, alles klar. Also links von dem Haus. Da liegt das. Gut zu wissen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Alle Sensen aufgebraucht? Boah. Keine Sense mehr da oder was? Also hier muss man total aufpassen. Hier ist... Okay, hier ist... Ein See. Aber kurze Zeit dahinter... Ist man an diesem fetten Ding. Und diese Höhle, an die wir gerade reingeguckt haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich die gleiche ist, wo wir schon mal waren. Also auch da werden wir uns noch mit beschäftigen. Na, es gibt so vieles, mit dem wir uns noch beschäftigen wollen. So, wie sieht das denn jetzt hier eigentlich aus? 46 Eichenholz. Ist noch nicht das meiste. Haben wir da hinten noch ein bisschen was, was wir erstmal mitnehmen können. Sonst können wir vielleicht erstmal mit dem Boden anfangen. So, Eichen stehen hier genug. Die müssen einfach nur wachsen. Hier ist auch so ein tiefes Ding, ne? Ich mach das mal zu. Es kann auf Dauer nicht gesund sein, in einem Gebiet rumzulaufen, was voll von irgendwelchen Abgründen ist, wo man jederzeit runterfallen kann. So, das machen wir jetzt erstmal stumpf zu. Ich will ja nicht unter Lebensgefahr mich in meinem Gebiet hier bewegen müssen. Und noch eine Eiche. Wie schön. So. Ich würde sagen, wir können erstmal mit dem Boden anfangen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Also der Eingang sollte irgendwo hier sein. Vielleicht auf dieser Seite. Auf etwas auf der rechten Seite. Aber darauf kommt es jetzt noch gar nicht an. Wir machen mal komplett hier das ganze Eichenholz. So. Jetzt kriegt das Ganze doch Gestalt. Ein richtig rustikales Haus. Ich bin ja mal gespannt, wann das erste Resource Pack für Minecraft Live in the Woods rauskommt. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das überhaupt kommt. Weil bei den vielen Items, die es hier gibt, wird so ein Resource Pack wohl entsprechend aufwendig sein. Und lange dauern, bis man sowas fertig hat. Aber schön wäre es ja. Wenn man es denn irgendwann kriegen würde. Oh, es wird dunkel. Also das Huhn scheint sich hier wohl zu fühlen. Das sitzt hier im Keller. Lässt sich jetzt auch schön hier einmauern. Boah, wie das dunkel. Riskieren wir es und bleiben draußen? Oder sagen wir, ach, ich glaube, wir gehen dann doch lieber rein? Was meinst du? Wollen wir draußen bleiben? Oder wollen wir mal reingehen? Ach, ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen draußen, oder? Wir bleiben noch ein bisschen. Ein bisschen bleiben wir noch. Komm, wir stellen hier auch eine schöne Fackel hin. Kein Bock, schon wieder da hinten hin zu stratzen. So, dann haben wir den Boden ja jetzt auch schon. Also den will ich eigentlich jetzt gerne noch fertig haben. Diesen Ehrgeiz habe ich jetzt, dass ich jetzt den Boden noch fertig haben möchte. Irgendwo muss da natürlich auch eine Treppe runtergehen. Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Oder mache ich mir darüber doch Gedanken? Oh, warte mal. Ich wollte das ja ganz anders machen. Ich wollte ja nur halbe Bretter nehmen. So, so wollte ich das eigentlich machen. Es ist immer noch Nacht, der Mond. Ich würde sagen, das ist so halbmondmäßig gerade. Die Nacht ist noch bei weitem nicht rum. Aber so wollte ich das eigentlich machen mit diesen halben Brettern. So soll das eigentlich sein. So soll die Decke halt aussehen. Beziehungsweise der Fußboden, wenn man oben ist. Sieht dann optisch halt ein bisschen größer aus. Und man braucht nicht ganz so viel Holz. Man kann auch ein bisschen was sparen. Zombies sind sehr nahe. Aber noch tun sie mir nichts. Noch tun sie mir nichts. Noch geht das alles. Scheinlich auch nicht zu finden. Wird halt auch Zeit, dass wir mit der Viehzucht anfangen. So langsam. Wird es doch auf Dauer so ein bisschen zur Selbstverteidigung auch ein paar mehr Pfeile brauchen. So. Dann sind wir damit jetzt schon fast fertig. Aua. 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 Mir war doch so, als wenn ich da was gehört hatte. So, aber der Boden ist auf jeden Fall, der Fußboden ist auf jeden Fall gleichfertig. Oh nein, ein Creeper. Ein Creeper in meinem Haus. Ein Creeper in meinem Haus. Ein Creeper in meinem Haus. Ein Creeper. Oh, nein! 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 Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Blöder Creeper Wieso kommst du denn hier rein Hoffentlich wird es bald Tag Das fehlt mir gerade noch Dass der mir alles kaputt macht hier Oh Mann Muss das denn sein Geht er jetzt raus Habe ich noch Pfeile? 16 Pfeile Damit kann ich ihn ja eh platt machen Oder Skelette So, jetzt zu dir Creeper, Creeper, Creeper Kuckuck, wo bist du? Was ist da denn los? Was ist da denn los? Hallo Hallo Was haben die denn da gemacht? Leute Ihr fangt an mir auf die Nerven zu fallen Es ist auch noch mein Schwert kaputt gegangen Ich halte es nicht aus Ich gehe jetzt mal ins Haus Das ist ja fürchterlich hier Okay, das scheint mir jetzt nicht direkt zu folgen Eisen haben wir ja noch genug da Dann machen wir uns auch mal eben schnell ein neues Schwert Und gehen wieder raus Neun Pfeile habe ich noch Wo ist der Creeper jetzt? Weg Ne doch nicht weg Ja Ich konnte mich gerade nicht rühren Ich weiß auch nicht Ich saß gerade fest Manchmal ist das so Dann konnte ich Ich konnte mich nicht wegbewegen Ich weiß nicht woran das liegt Jedenfalls ging das gerade nicht Okay Ist ja nicht schlimm Vielleicht ist der Creeper Vielleicht ist der Creeper im Haus jetzt auch schon nicht mehr da Das flicken wir alles später mal Das müssen wir jetzt nicht flicken Aber was wir brauchen ist was zu essen Und deswegen nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen Brot mit Hier haben wir noch ein Ei So, bei der Gelegenheit gucke ich doch mal gerade Ob wir überhaupt schon Eichenholz drin haben Tropenholz Eichenholz Also Tropenholz haben wir jede Menge Mit dem Eichenholz hapert das so ein bisschen Da haben wir nicht wirklich viel Weidenholzbretter haben wir auch noch ein bisschen Okay, aber Das ist jetzt halt nicht So das meiste Aber wo wir jetzt gerade schon mal hier sind Was nehmen wir denn für die Treppenstufen Tannenbaumbretter Die wirken doch eher grünlich oder nicht Sehen solche Stufen in einem Haus denn aus? Ich probiere das gerade mal aus Oh ne, die wirken ja total grün Nein Das sieht nicht aus Das sieht nicht aus Das brauchen wir gar nicht zu machen Das tun wir erstmal wieder hier rein Ähm So, zack Birkensetzlinge Oh Gott, die Truhe ist voll Passt nichts mehr rein Eichensetzlinge Da könnte ich wohl mal wieder Ein paar von Los werden Ähm Okay, wenn da unten kein Platz mehr ist Kommen die Birkensetzlinge halt nach oben Oh, ich habe hier noch jede Menge zum Aussäen nachher Aber auch So weit sind wir jetzt halt noch nicht Hier muss einiges geflickt werden Oh, Pfeile und Knochen Wunderbar Ist der Creeper noch da? Oder ist er inzwischen verschwunden? Ich sehe ihn nicht Ist weg Okay Man muss ja auch nicht immer nachts arbeiten Ich bin ja auch selber doof genug, dass ich sowas mache Man sollte auch besser bei Tage solche Dinge machen Das wird ein schöner Keller hier Können wir schön was lagern auf Dauer Ich mache es mal von dieser Seite weiter an Wenn ich in anderen Richtungen arbeite Muss man immer so gegen die Sonne arbeiten Die blendet so Auf dieser Seite ist das nicht der Fall So Also ich mache das jetzt Ich deute dir das ja schon an Ich mache das jetzt erstmal ganz zu Moment Oh, ich sehe es ist aber Ziemlich dunkel Ähm Ich mache das jetzt erstmal ganz zu Natürlich muss ich vorher noch raus Da, 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 da Und noch eine Reihe Und noch eine Reihe Und die letzte Und hier muss ich jetzt raus So, Erde habe ich nicht Äh Ja egal Komm, wir nehmen einfach ein bisschen So Jetzt sind wir wieder draußen Dann können wir das hier komplett zumachen Und können uns jetzt mal Gedanken machen Wo können wir denn hier am besten die Treppe hinsetzen Wo könnte denn hier die Treppe sein Hier sitzt, hier ist Holz Also das ist dann natürlich Fachwerk Und das können wir jetzt einfach mal so gedanklich Hier hinsetzen Hier ist eine Säule Die sieht natürlich dann anders aus Ist schon klar Da ist eine Säule Da ist eine Säule So und ich überlege mir jetzt Wenn hier auch noch eine Säule ist Der Eingang sollte so gefühlt Ach wir sind ja auf der falschen Seite Wir müssen ja von der anderen Seite da ran Von dieser Seite müssen wir da ran Also Säule 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 Und dann schwebt mir jetzt so vor Dass der Eingang da ist Wo jetzt die Fackel ist Da sollte der Eingang sein So Wenn der hier ist Dann Sollte Die Treppe Hier sein Und zwar nach oben und nach unten Aber welche Treppe nehmen wir da? Ich möchte nicht auch Eichenholz dafür nehmen Also hier müsste Hier müsste die Treppe rauf und runter sein Nach oben und nach unten Irgendwo hier Ich mache hier mal so ein Loch rein Dass man das weiß So Ich mache hier mal so ein Loch 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 Ich mache hier mal so ein Loch